Damit sind wir beim dritten Teil der Vorlesung angekommen und der beschäftigt sich ja mit Vererbung von Klassen und Klassenhierarchien in C++. Wir schauen uns noch mal ganz kurz an, was es mit Vererbung eigentlich auf sich hat, was das bedeutet. Vererbung ist ein ganz wichtiger Bestandteil der objektorientierten Programmierung und die Idee dahinter ist, dass man eine Klasse hat und deren Daten und Methoden werden von einer anderen Klasse geerbt und die übernimmt die irgendwie und ist davon irgendwie eine Spezialisierung. Macht ein paar Sachen anders, kann ein paar Sachen mehr, erweitert das Ganze. Die Begriffe, die wir dabei verwenden, ja sind eben einmal zum Beispiel, also sind die Basisklasse, das ist ja eine Klasse mit Daten und Methoden, die vererbt werden, auf die dann von anderen Klassen zugegriffen wird. Das Gegenstück dazu ist dann eben die Kindklasse oder die abgeleitete Klasse von der Basisklasse und das ist dann eben ja diese Klasse, die erbt die Daten und Methoden aus der Basisklasse und ist eine Spezialisierung davon. Wenn wir von Überschreiben sprechen, dann hat die Kindklasse Methoden, die im Prinzip von der abgeleiteten Klasse kommen und diese allerdings werden in der Kindklasse neu implementiert und damit quasi haben sie eine andere Funktionalität und werden damit überschrieben. Und wenn wir von Polymorphie sprechen, ja dann sprechen wir darüber, dass eben unterschiedliche Klassen über das gleiche Interface quasi verwendet werden können. Angenommen wir haben eine Oberklasse Leuchtmittel und von der erben eben mehrere Kindklassen wie zum Beispiel LED oder Leuchtstoffröhre. Was haben wir noch? Oder eine Energiesparlampe und das sind alles eigene Klassen, die allerdings über dieses ja Interface der Basisklasse, der Oberklasse Leuchtmittel irgendwie angesprochen und bedient werden können. Ja, jetzt schauen wir uns noch mal an, wie das Ganze in Java und in C++ umgesetzt ist an einem Beispiel. Ja, wir haben hier einmal oben wieder in Java und unten in C++ ja eine Basisklasse und eine Kindklasse implementiert. Wir haben als Basisklasse einmal Spaceship, sowohl in Java als auch in C++. Die verfügt eben über bestimmte Member, einmal Variablen und einmal Methoden und das gleiche in C++ mit den entsprechenden Zugriffsrechten Public und Private. Public heißt ja Zugriffsrechte, alle können darauf zugreifen. Private, ausschließlich Instanzen des Typs Spaceship können darauf zugreifen. Ja und dann haben wir eben noch eine Kindklasse, DevStar, sowohl in Java als auch in C++ und die erbt von dieser Spaceship-Klasse und ja erweitert die um zusätzliche Methoden und die Syntax für dieses ja Erben ist in Java über dieses Extens Schlagwort gekennzeichnet. Das heißt, DevStar erweitert diese Spaceship-Klasse und in C++ haben wir ja diese Syntax, dass wir hier nach dem Klassennamen einen Doppelpunkt folgen lassen und danach kommt die Klasse oder die Klassin, von denen geerbt wird. Ja und hier die Vererbung wird hier eben über dieses Schlagwort Public nochmal gekennzeichnet, was dann eben auch die Zugriffsrechte auf die Methoden der Elternklasse steuert. Okay, jetzt haben wir hier eine Sache, das heißt also wir haben unsere Kindklasse den Todesstern, DevStar, der eben irgendwie ja das Spaceship erweitert und was wir jetzt gerne machen wollen ist, dass wenn wir eine Instanz von diesem DevStar, von diesem Todesstern erzeugen, dann möchten wir natürlich irgendwie auf die Methoden der Elternklasse zugreifen und hier jetzt möchten wir als erstes uns mal anschauen, wie können wir denn auf den Konstruktor der Elternklasse zugreifen. Ja, in Java gibt es da dieses Schlagwort Super, dieses Schlagwort Super, womit eben auf die Methoden der Elternklasse zugegriffen wird. Das gibt es in C++ nicht. In C++, also da kann man mit dem Superschlagwort, kann man nicht nur auf den Konstruktor zugreifen, sondern auch auf andere Methoden der Basisklasse. In C++ gibt es dieses Schlagwort nicht und wenn ich in C++ allerdings auf den Konstruktor der Basisklasse zugreifen möchte, geschieht das über die Initialisierungsliste, das heißt also die Liste, die nach dem Konstruktor mit dem Doppelpunkt gestartet wird oder ja gekennzeichnet wird. Und der Zugriff auf den Konstruktor der Basisklasse erfolgt eben in dieser Initialisierungsliste. Falls ich in der Initialisierungsliste keinen Konstruktor angebe, der von der Basisklasse aufgerufen werden soll, wird der Default-Konstrukte der Basisklasse aufgerufen. Und wenn die Basisklasse keinen Default-Konstruktor hat, weil er zum Beispiel nicht generiert wurde, nicht automatisch generiert wurde vom Compiler oder weil es eben unterbunden wurde, dann muss explizit ein anderer Konstruktor von der Basisklasse aufgerufen werden. Die Aufrufreihenfolge der verschiedenen Konstruktionen ist im Prinzip das gleiche wie in Java. Also zuerst wird die Basisklasse aufgerufen und dann werden die Kindklassen aufgerufen und dann eben die entsprechenden Kindklassen. Das heißt, wir gehen beim Aufruf der Konstruktoren die Vererbungshierarchie von oben nach unten durch. Im Quellcode sieht das Ganze dann so aus. Also oben haben wir wieder die Java-Variante und unten die C++-Variante. Basisklasse ist wieder das Spaceship. Wir haben den Todesstern, der eben einmal diese Spaceship-Klasse erweitert in Java oder eben in C++ davon erbt. Und der Aufruf des Konstruktors der Elternklasse oder der Basisklasse erfolgt in Java über dieses Superschlagwort im Konstruktor. Und in C++ erfolgt es in der Initialisierungsliste über den Konstruktornamen der Basisklasse mit den entsprechenden Parametern hier an dieser Stelle. Hier in dem Beispiel hat die Basisklasse auch keinen automatisch generierten Default-Konstruktor. Da ich hier einen Konstruktor mit einem Parameter angebe, wird der Default-Konstruktor vom Compiler nicht automatisch generiert. Das heißt, wenn dieser DevStar initialisiert wird, muss in dieser Initialisierungsliste ein Konstruktor der Basisklasse aufgerufen werden. Und das ist eben hier in diesem Beispiel der einzige, den wir haben, der eben einen Integer mitbekommt als Parameter, um festzulegen, wie viele Laser unser Raumschiff jetzt an dieser Stelle hat. Jetzt haben wir in C++, wenn wir mit Vererbung zu tun haben, immer so unter Umständen ein Problem. Also wir haben hier das Schlagwort der Polymorphie. Das heißt, sämtliche Raumschiffe, die von dieser Basisklasse des Spaceships erben, können über das Interface des Spaceships angesprochen werden. Eine Methode, die wir dabei implementiert haben, ist eben diese Fire-Lasers-Methode. Und sämtliche Kindklassen, die eben das Spaceship erweitern, können auf diese Methode dieser Basisklasse zugreifen. Das heißt, ich kann jetzt hier ein neues Raumschiff, ein neues Spaceship vom Typ DevStar erzeugen. DevStar selbst implementiert diese Fire-Lasers-Methode nicht. Allerdings die Basisklasse des Spaceships implementiert diese Methode und dementsprechend kann ich diese Methode der Basisklasse aufrufen. Das erfolgt eben entweder hier über diesen Pointer, wenn ich eben hier eine Instanz auf dem Heap allokiert habe. Oder ich kann das ganze Ding eben dereferenzieren und dann über einen Punkt drauf zugreifen oder eben so über eine Referenz auf die Methoden der Basisklasse zugreifen. Was passiert, wenn ich denn jetzt diese Methode Fire-Lasers überschreiben möchte? Java ist das kein Problem. Dann implementiere ich einfach die Fire-Lasers-Methode in der Kindklasse neu. In C++ funktioniert das nicht so einfach. Also wenn ich hier ein Spaceship als Datentyp habe oder einen Pointer auf diesen Datentyp und das Datum, was dahinter liegt, selbst vom Typ DevStar ist, dann könnte ich hier über dieses BigShip oder hier über diese Variable nicht auf diese Methode von dem DevStar zugreifen, selbst wenn diese Klasse hier diese Kindklasse, die Fire-Lasers-Methode selbst neu implementiert. Das funktioniert in C++ nicht. Das heißt, hier dieser Aufruf würde hier in diesem Fall immer die Fire-Lasers-Methode von Spaceship aufrufen. In Java ist das kein Problem. In C++ geht das nicht. In C++ muss man dafür etwas machen, dass quasi diese Aufrufe der Methoden, wenn sie in den Kindklassen überschrieben wurden, nach unten durchgereicht wird. Und dieses ja nach unten durchreichen kann man in C++ mit dem Schlagwort Virtual erreichen. Das heißt, ich markiere die Methode in der Basisklasse mit dem Schlagwort Virtual. Und damit wird sie markiert, dass sie von den Kindklassen überschrieben werden kann. Und ja, entsprechend kann ich dann in der Kindklasse eine neue Methode anlegen mit derselben Signatur. Das heißt, Rückgabetyp, Name und Parameterliste und eventuelle Kunstmodifier sind die gleichen. Und damit überschreibt der Todesstern die Methode aus der Basisklasse mit einer neuen Variante mit einer Spezialisierung. Und hier dahinter, sehen wir jetzt schon, gibt es hier ein weiteres Schlagwort. Das ist jetzt nochmal explizit dazugekommen. Und dieses Override kennzeichnet eben, dass hier an dieser Stelle tatsächlich eine Methode aus der Basisklasse überschrieben wird. In C++ ist es tatsächlich so, dass nur explizit diese Angabe von Virtual dafür sorgt, dass ja eine Methode virtuell gemacht wird und dass eben dieses, dieser, dieser Zugriff auf die Methoden der spezialisierten Kindklasse zugegriffen wird. Das Virtual sorgt im Prinzip dafür, dass sich das Programm zur Laufzeit merkt, okay, hier von dieser Klasse ist es möglich, dass es da Spezialisierungen gibt und dass eben entsprechend in der Vererbungshierarchie nach unten geschaut wird, ob es von einer speziellen Methode, die gerade aufgerufen wird, ja eben Spezialisierungen gibt, die die Basisklasse, die Basis, die Implementierung in der Basisklasse überschreiben. Und wenn wir eben diese Methoden in der Basisklasse mit Virtual kennzeichnen, kann dann eben auch beim Zugriff über Pointer oder eben über Referenzen über die Basisklasse auf die entsprechenden Methoden und auf die Spezialisierungen in den Kindklassen zugegriffen werden. Dieser Zugriff wird in C++ über die VFT, über die Virtual Function Table geregelt und gelöst. Und ja, die Virtual Function Table merkt sich im Prinzip, welche Methoden tatsächlich aufgerufen werden müssen. Generell ist erst zur Laufzeit bekannt, ja, welchen Typ oder welcher Typ tatsächlich hinter einem Pointer steht oder ja, welche Klasseninstanz eben dann tatsächlich dahinter steht. Das ist zur Compile-Zeit im Allgemeinen ja nicht immer bekannt. Ja, wenn ich jetzt mit zu unserer Spaceship-Klasse zurückgehe und ich habe jetzt hier meinetwegen eine Liste mit mehreren Spaceships, die eben auf irgendwelche Adressen in meinem Speicher zeigen, dann können diese Spaceships, die tatsächlich hier im Speicher dahinter liegen, von ja allen möglichen Typen sein, die eben von dieser Basisklasse erben. Ja, das kann einmal dieser DevStar sein, den wir hatten. Später führen wir noch eine, ja, Tie-Fighter-Klasse ein. Die kann das ebenfalls sein und was es da nicht alles gibt. Und erst zur Laufzeit ist tatsächlich bekannt, was liegt dann denn an diesen Stellen im Speicher und auf was wird denn tatsächlich zugegriffen. Und diese Zugriffe, die werden ja in der Virtual Function Table geregelt. Im Prinzip enthält die Virtual Function Table ja für jede Klasse Verweise auf die virtuellen Methoden, sofern welche da sind. Und umgekehrt enthält jede Klasseninstanz mit virtuellen Methoden einen Verweis auf die zugehörige Virtual Function Table. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal an einem Beispiel an, wie das ja im Code quasi aussieht und was dann im Hintergrund so bei der Verwaltung der Klasseninstanzen passiert. Also wir haben hier drei verschiedene Klassen. Die Basisklasse ist einmal die Spaceship-Klasse. Dann haben wir die Imperial-Ship-Klasse, die von dieser Spaceship-Klasse erbt. Und dann ganz unten in der Vererbungshierarchie an der dritten Stelle haben wir dann den Tie-Fighter, der eben von diesem Imperial-Ship erbt. Der Tie-Fighter gehört damit zu beiden Typen. Also er ist sowohl ein Spaceship als auch ein Imperial-Ship, als auch ein Tie-Fighter. Die entsprechenden Methoden in den verschiedenen Klassen sind mit Virtual gekennzeichnet. Das heißt, die können ebenfalls in den Spezialisierungen in den Kindklassen überschrieben und neu implementiert werden. Und das sehen wir hier an der Stelle auch. Also das Spaceship verfügt über die Methoden Is-Evil und Fire-Lasers. Die Is-Evil-Methode wird in der Imperial-Ship-Klasse überschrieben und die Fire-Lasers-Methode wird ganz nach unten durchgereicht und wird erst im Tie-Fighter überschrieben. Wenn ich jetzt von dem Tie-Fighter quasi eine Instanz zur Laufzeit erstelle, dann liegt hier eben im Speicher irgendwo meine Variable des Tie-Fighters. Der enthält eben die verschiedenen Daten der verschiedenen Klassen des Spaceships, des Imperial-Ships und des Tie-Fighters. Und er enthält eben auch, ja versteckt einen Pointer auf die entsprechende Virtual-Function-Table, die zu dieser Tie-Fighter-Klasse gehört. Und in der Virtual-Function-Table der Tie-Fighter-Klasse sind dann eben Vermerke auf die entsprechenden Methoden der Basisklassen enthalten, sodass wenn ich eben von dem Tie-Fighter die entsprechende Methode aufrufe, wird ein Lookup in der Virtual-Function-Table gemacht und dann wird eben nachgeschaut, welche jetzt die richtige Instanz der Methode ist, die aufgerufen werden muss. Ja, das Ganze ist natürlich nicht umsonst, das führt natürlich auch zu Konsequenzen, die damit verbunden sind. Also die Virtual-Function-Table, die braucht natürlich erstmal eine gewisse Menge an Speicherplatz, die ja irgendwo zur Verfügung stehen muss, wo eben die Verweise auf die entsprechenden Methoden drinstehen. Und jede Instanz von dieser Klasse, jetzt in unserem Beispiel von dem Tie-Fighter, braucht noch einen zusätzlichen Pointer auf die Virtual-Function-Table. Das ist jetzt so für einzelne Objekte erstmal nicht viel. Wenn ich allerdings eine große Menge von Objekten habe und jedes hat noch einen zusätzlichen Pointer, kann das durchaus auch ins Gewicht fallen. Ja, es ist natürlich auch verbunden mit einer höheren Laufzeit, denn wenn ich eine Methode aufrufe, muss eben immer erstmal einen Lookup in dieser Virtual-Function-Table gemacht werden, um rauszukriechen, welche denn jetzt die richtige virtuelle Methode ist, die aufgerufen werden soll. Dabei spielt die Vererbungstiefe keine Rolle, denn ja in dieser Table quasi stehen dann eben die entsprechenden Verweise drin. Dabei ist es irrelevant, wie tief die Vererbungshierarchie geht. Das haben wir an dem Beispiel von dem Spaceship, dem Imperial Ship und dem Tie-Fighter gesehen. Ja, wir haben hier quasi eine Vererbungstiefe von zwei. Die Einträge in der Virtual-Function-Table stehen allerdings quasi auf gleicher Ebene. Deswegen ist die Vererbungstiefe spielt an dieser Stelle keine Rolle. Bei dieser Virtual-Function-Table ist auch wichtig zu wissen, dass in welcher Reihenfolge eben die Konstruktoren bei der Vererbung aufgerufen werden. Und der Aufruf der Konstruktoren funktioniert eben von oben nach unten. Das heißt, erst wird die Basisklasse aufgerufen, danach wird die Kindklasse aufgerufen und danach geht es dann eben weiter zu der nächsten Kindklasse. In unserem Beispiel war das eben das Spaceship, dann hatten wir das Imperial Ship und ganz unten den Tie-Fighter. Und wenn ich jetzt eine Instanz vom Typ Tie-Fighter erstelle, wird eben als erstes der Konstruktor vom Spaceship aufgerufen, dann der Konstruktor vom Imperial Ship und dann der Konstruktor vom Tie-Fighter. Dementsprechend werden auch erst die verschiedenen Member in dieser Reihenfolge initialisiert. Die Virtual-Function-Table wird direkt ganz am Anfang initialisiert. Allerdings werden die Verweise auf die entsprechenden Methoden in den Kindklassen erst nach und nach eingetragen. Und das hat zur Folge, dass ich in den Konstruktoren keine virtuellen Funktionen aufrufen sollte. Ja, das heißt, wenn ich im Konstruktor vom Spaceship eine virtuelle Methode aufrufe und davon ausgehe, dass, lass es eine Init-Methode sein, ja, das Spaceship verfügt über eine Init-Methode, die meinetwegen virtuell ist, dann kann ich nicht davon ausgehen, dass dieser Aufruf eben nach unten, ja, durchgereicht wird. Und dementsprechend keine virtuellen Funktionen im Konstruktor aufrufen. Genau. Okay. Seit C++, seit dem Standard 11, gibt es noch ein neues Schlagwort und das nennt sich Override. Das Override-Schlagwort kennzeichnet im Prinzip nochmal in den Kindklassen, dass eine Methode aus einer Elternklasse überschrieben werden soll. Das ist quasi nochmal so eine Hilfe, um mögliche Fehler zu vermeiden, denn das ist ein Hinweis an den Compiler, dass ich hier sage, hey, ich möchte hier tatsächlich eine Methode aus der Basisklasse überschreiben und der Compiler kann dann überprüfen, ob diese Methode in der Basisklasse tatsächlich existiert. Falls dies nicht der Fall ist, schlägt der Compiler hier an dieser Stelle Alarm. Und der Grund dafür, den können wir hier an einem Beispiel sehen. Also wir haben hier wieder die Spaceship-Klasse und die Imperial-Ship-Klasse. Die Spaceship-Klasse hat zwei Methoden, die virtual sind, die können überschrieben werden. Das ist einmal FireLasers und einmal IsEvil. Und in der Kindklasse wollen wir diese Methoden aus der Basisklasse überschreiben. Und jetzt können wir hier sehen, okay, wir haben jetzt hier eine Methode, die nennt sich FireLaser. Und hier an dieser Stelle, hier hinten, haben wir ja einen kleinen Schreibfehler, denn hier fehlt das S. Das heißt, an dieser Stelle wird eine neue Methode angelegt, deklariert, die eben jetzt FireLaser heißt und die nichts mit dieser Methode hier oben zu tun hat, weil die Signaturen nicht übereinstimmen. Das wird eine komplett neue Methode. Das kann so gewollt sein, wenn das so gewollt ist, ist alles super. Das kann allerdings auch ein Fehler sein, weil ich eventuell tatsächlich hier oben diese Methode überschreiben möchte. Und in diesem Moment legt der Compiler eben einfach hier eine neue Methode an. In dem, ähm, in der Zeile unten drunter wollen wir die Methode IsEvil überschreiben. Und hier markieren wir explizit mit dem Override-Schlagwort, dass wir hier eine Methode aus der Basisklasse überschreiben wollen. Und hier unterscheidet sich die Signatur in diesem ConstModifier. Der fehlt nämlich hier an dieser Stelle. Das heißt, diese Methode hätte jetzt an dieser Stelle eine andere Signatur und könnte eben ähm, modifizieren, was in der Methode aus der Basisklasse nicht der Fall ist. Und hier an dieser Stelle würde der Compiler, ja, Alarm schlagen und sagen, hey, du versuchst hier eine Methode zu überschreiben, die es in der Basisklasse nicht gibt. Hier ist es möglich, dass ein Fehler passiert. In C++ gibt es auch, ähm, die Möglichkeit, abstrakte Basisklassen zu erstellen. Das heißt, ähm, eine abstrakte Basisklasse, äh, äh, ist immer, oder eine abstrakte Klasse ist dann immer dann eine Klasse, wenn sie eine, ähm, ähm, Methode anlegt, deklariert, aber diese nicht implementiert, sondern die Implementierung für die Spezialisierungen in den Kindklassen, ähm, ja, vorsieht. Das heißt, wir legen hier eine Klasse Spaceship an und die Spaceship-Klasse, ähm, ähm, deklariert die FireLasers-Methode, setzt sie als Virtual, damit wird gekennzeichnet, dass sie in den Kindklassen, ähm, implementiert werden soll oder überschrieben werden kann. Und jetzt, ähm, kennzeichnen wir diese Methode hier mit diesem, ähm, ist gleich Null, ähm, ja, Statement an dieser Stelle. Und damit, ähm, ähm, machen wir deutlich, dass die Spaceship-Klasse diese Methode hier nicht implementiert. Ähm, das, ähm, hat zur Folge, dass wir von der Spaceship-Klasse selbst keine eigene Instanz, ja, erstellen können. Also wir können jetzt kein, äh, keine Variable vom Typ Spaceship, ähm, erstellen. Wir können Pointer davon erstellen, allerdings keine, äh, oder Pointer auf, ähm, Variablen dieses Typs, allerdings keine Typen oder keine Variablen vom Typ Spaceship selbst, da diese Methode eben nicht implementiert wird. Und falls diese Methode aufrufen werden sollte, würde die ins Leere zeigen und wäre, ja, damit nicht vorhanden. Damit können wir keine Variablen des Typs Spaceship erstellen. Ähm, ähm, der entsprechende Eintrag in der V-Table wäre dann eben an dieser Stelle ja Null. Und das bedeutet eben, oder das impliziert, dass die Kindklassen, die von dieser Klasse erben, diese Methode überschreiben müssen oder sie eben dann selbst, oder es sind dann eben selbst auch wieder abstrakte Klassen, die die Implementierung weiter nach unten durchgeben. Ähm, das kann im Prinzip so ein bisschen genutzt werden, um das, ja, Interface der Kindklassen, ähm, genauer zu definieren oder zu deklarieren und die eigentliche Implementation der Methoden erfolgt dann eben in den Kindklassen. Das ist vergleichbar zu, ja, dem Schlagwort Abstract, was es in Java gibt, das da eben, ja, auch für die, ähm, Erstellung von abstrakten Basisklassen vorhanden ist. In C++ haben wir außerdem die Möglichkeit, Konstruktoren aus den Basisklassen in die, ähm, Kindklassen zu vererben. Wir haben jetzt hier mal, ja, wieder ein Beispiel. Wir haben eine Klasse Operation, das ist eine ganz große abstrakte Klasse, die, ähm, zwei Skalarwerte vom Typ Dappel bekommt und mit denen irgendwas gemacht werden soll, ähm, und die Implementierung dieser Operation, also die Semantik, was dann tatsächlich passieren soll, erfolgt in der Evaluate-Methode und die ist eben hier virtuell und, ähm, als abstrakt dargestellt und die zeigt dann eben, die Implementierung dieser Evaluate-Methode erfolgt in den Kindklassen, ähm, in den Spezialisierungen. Aber dieser, äh, Konstruktor von dieser Operation, der soll möglichst für, ja, für alle Spezialisierungen gleich bleiben. Und damit ich jetzt diesen Konstruktor nicht in jeder Spezialisierung neu implementieren muss, wo ich dann im Prinzip jedes Mal diese beiden Skalare, den entsprechenden, ja, Member-Variablen V1 und V2 zuweise, gibt es in C++ die Möglichkeit, Konstruktoren zu vererben und das erfolgt über diese, ja, über diese Syntax mit diesem Using. Dann kommt der Name der Elternklasse, der wird dann quasi wie bei den Namespaces aufgelöst und dann gibt es hier einen Verweis auf den Namen des Konstruktors und das sorgt dafür, dass alle Konstruktoren der Basisklasse, ähm, geerbt werden. Ja, und das kann zum Beispiel hier benutzt werden, wenn die Kindklasse selbst über keine eigenen Daten verfügt, die initialisiert werden müssen, so wie es hier eben der Fall ist. Und das in diesem Beispiel ist eben jetzt dafür gedacht, dass sich die Kindklassen lediglich in der Evaluate-Methode unterscheiden und dann eben dementsprechend die Semantik unterschiedlich ist. Wie hier zum Beispiel werden die beiden Skalarwerte addiert. dementsprechend könnte ich mir genauso eine Klasse, ähm, vorstellen, die Minus heißt oder Multiply und so weiter und so fort. Und alle arbeiten auf diesen beiden Member-Variablen, ähm, und lediglich die Evaluate-Methode unterscheidet sich. Und da die Konstruktoren für alle von diesen Spezialisierungen gleich sind, werden sie eben von der Basisklasse geerbt. Ähm, ein wichtiges Merkmal, was in C++ ja zwingend erforderlich ist, ist, dass wenn man eine Basisklasse hat, die irgendeine Art von virtuelle Methode hat, dann sollte in der Regel der Destruktor ebenfalls virtuell sein. Hier haben wir mal ein Beispiel, ähm, wo etwas schiefläuft, wenn das eben nicht der Fall ist, wenn der Destruktor nicht virtuell ist. Ähm, wir haben hier eine, ja, Klasse unser Spaceship wieder, dann haben wir die Klasse TIE Fighter, die eben von diesem Spaceship ehrt, die diese Klasse, ja, spezialisiert. Ähm, der TIE Fighter verfügt über eine, ja, Member-Variable, die nennt sich Ammo und die wird im Konstruktor des TIE Fighters angelegt. Also hier in der, ähm, in der Initialisierungsliste wird auf dem Heap mit New neuer Speicher allokiert und in Destruktor wird dieser Speicher wieder freigegeben, so wie es sein sollte. Wenn ich jetzt allerdings in meine Main-Methode hier unten reingucke, dann, ähm, äh, lege ich hier eine neue Variable vom Typ TIE Fighter auf dem Heap an. Hier wird Speicher für den TIE Fighter allokiert. Das heißt, hier wird neuer Speicher auch für die, für die Ammo angelegt. Ähm, die Variable, mit der ich allerdings auf diesen, ja, auf diesen Speicher hier vom TIE Fighter verweise, ist vom Typ Spaceship. Ja, das ist ein Pointer über Spaceship. Ich greife quasi über die, ähm, Basisklasse auf die Kindklassen zu. Wenn ich jetzt diese Spaceship-Klasse, ähm, ja, wieder freigeben möchte, also mit Delete löschen möchte, dann führt das dazu, hatten wir vorhin schon gesehen, dass eben die Vererbungshierarchie nach unten nicht durchgegangen wird, sondern dass eben hier jetzt der Destruktor vom Spaceship aufgerufen wird, aber der Destruktor vom TIE Fighter wird nicht aufgerufen und dementsprechend wird dieser Speicher hier auch nicht freigegeben. Das hat eben zur Folge, ja, dass es zu Memory Leaks kommt, weil, ja, hier Speicher weiterhin belegt ist, was ein Problem sein kann. Und das hat eben implizit zur Folge, dass der Destruktor vom Spaceship virtual sein muss. So wie es hier eben markiert ist. Also der Destruktor wird mit Virtual markiert. Im Spaceship möchte ich den nicht großartig implementieren, deswegen gebe ich dem Compiler hier einen Hinweis mit, dass er den Default-Konstruktor anlegen soll. Und wenn ich jetzt hier unten einen Pointer auf diesen Speicher des TIE Fighters erstelle und diesen dann hier lösche, wird eben über die V-Table nach unten durchgeschaut, welcher Destruktor muss aufgerufen werden. Und das ist eben dann an dieser Stelle der entsprechende Destruktor des TIE Fighters. Also merkt euch einfach, wenn ihr eine Klasse habt, die virtuelle Methoden hat, die dann eben spezialisiert werden, dann markiert den Destruktor mit virtuell. Ja, der Destruktor selbst, der hinter dem steckt im Prinzip keine Magie. Das ist einfach nur eine Funktion, die aufgerufen wird, wenn eben das Objekt gelöscht wird. Dabei gilt allerdings, dass jeder Destruktor von den Kindklassen automatisch auch den Destruktor der Basisklasse aufruft. Und dabei gilt im Prinzip, dass die Reihenfolge umgekehrt zur Initialisierung ist. Also bei der Initialisierung werden die Konstruktoren von der Basisklasse nach unten über die Kindklassen aufgerufen. Bei den Destruktoren ist es umgekehrt. Da wird eben erst die unterste Ebene aufgerufen und dann wird sich nach oben durchgehangelt. Ja, das funktioniert auch bei selbstdefinierten Konstruktoren automatisch. Also ihr müsst in eurem Destruktor nicht die Destruktoren der Elternklassen oder der Basisklassen aufrufen. Das wird automatisch nach oben durchgereicht. Wie vorhin bereits erwähnt, wenn ihr von einer Basisklasse erbt und müsst ihr dafür sorgen, dass eben der richtige Destruktor aufgerufen wird, das müsst ihr über dieses Virtual-Schlagwort kennzeichnen. Falls ihr das nicht macht, kann es eben zu Undefined Behavior kommen, weil dann eben in dieser Vererbungskette irgendwann die Destruktoren nicht mehr richtig aufgerufen werden. Das also geht sowohl nach oben als auch nach unten. Wenn ihr mehrere Vererbungsstufen habt und irgendwo in so einer Vererbungsstufe fehlt, das Virtual vor dem Destruktor, ja, kann es eben zu Undefined Behavior kommen, weil die entsprechenden Destruktoren beim Löschen des Objektes nicht richtig aufgerufen werden. Das hat natürlich zur Folge, dass, oder ja, das impliziert so eine Richtlinie, an die ihr euch halten solltet, wenn ihr eine Klasse habt, von der geerbt werden soll oder darf, dann braucht diese immer einen virtuellen Destruktor. Hat eine Klasse keinen virtuellen Destruktor, dann ist sie nicht dafür vorgesehen, dass von ihr geerbt wird. Das solltet ihr im Kopf behalten und das solltet ihr, ja, daran solltet ihr euch halten. Im Beispiel mit dem Spaceship und der Imperial, des Imperial Ships und des TIE Fighters haben wir schon eine Variante der Mehrfachvererbung über mehrere Stufen gesehen und jetzt gibt es in C++ noch die Variante im Gegensatz zu Java, dass man in C++ eben von mehreren Klassen erben kann. In Java kann man immer nur von einer Klasse erben, also eine Klasse extenden und von, ja, mehrere Interfaces implementieren. In C++ ist es so, dass ich ebenfalls von mehreren Klassen erben kann. Ja, hier in diesem Beispiel ist vielleicht, das sollte vielleicht nicht unbedingt Spaceship heißen, das sollte vielleicht einfach nur Ship heißen. Dementsprechend könnten wir jetzt sagen, okay, unser Spaceship erbt jetzt von Ship und Asteroid und implementiert dann entsprechende Funktionen beziehungsweise kann dann eben auf die entsprechenden Funktionen zugreifen. In C++ gibt es umgekehrt zu Java eben, ja, keine Interfaces, aber durch dieses Erben von mehreren Klassen ist es eben möglich, ja, das zu ersetzen oder dafür ist das eben nicht notwendig. Ein Beispiel ist der Iostream, den ihr aus der Standardbibliothek bereits kennt. Der erbt eben zum Beispiel von dem I-Stream und von dem O-Stream. Das heißt, der Iostream, der kann sowohl für Ein- als auch für Ausgaben genutzt werden. Die entsprechenden anderen Streams eben jeweils nur für die Eingabe oder für die Ausgabe, allerdings nicht für beides. Das Ganze führt dazu, dass es in C++ ist an der Stelle dadurch ein bisschen flexibler als Java, allerdings auch komplexer und damit auch ein bisschen fehleranfälliger. Die Mehrfachvererbung, ja, behandeln wir in der Vorlesung nicht weiter. In C++ gibt es dann noch, ja, das nächste, was wir behandeln müssen, das nächste Schlagwort, was wir uns angucken müssen, ist das sogenannte Slicing. Slicing bezeichnet den Vorgang, wenn ja Daten quasi abgeschnitten werden. Wir haben jetzt hier eine Klasse, eine Base-Klasse und eine Kind-Klasse, die von dieser Base-Klasse erbt. Hier in der Main-Methode legen wir zwei Variablen an. Einmal eine Variable von der Derived-Klasse und dann eine Variable von der Base-Klasse. Und hier in diesem Aufruf wird der Copy-Konstruktor der Base-Klasse aufgerufen. Die kriegt allerdings eben eine, ja, eine spezialisierte Form von sich selbst, also eine Variante der Kind-Klasse übermittelt. Und hier in diesem Beispiel werden, gehen dann eben die Daten von Derived-Data, die hier in dieser Variable drin liegen, bei dieser Initialisierung verloren. Das heißt, wir können über B nicht auf diese Derived-Data zugreifen, weil die hier in dieser Base-Klasse nicht existieren. Die werden quasi abgeschnitten. Ja, der Copy-Konstruktor der Base-Klasse kennt an dieser Stelle nicht die Daten von der abgeleiteten Klasse und kann damit eben an dieser Stelle auch nichts anfangen. Also der Copy-Konstruktor der Base-Klasse initialisiert nur die Member-Variablen von dieser Base-Klasse, aber nicht die der Kind-Klasse. Und damit gehen eben die Teile der Kind-Klasse verloren. Und dieses Verloren gehen von Daten in dieser Vererbungshierarchie wird eben als Slicing bezeichnet. Ja, die Konsequenz daraus ist eben, dass der Zugriff über die Basis-Klassen nur per Pointer oder per Referenz möglich ist. Ja, in C++ müssen wir uns quasi immer um die Speicherverwaltung des Öfteren selbst kümmern. Da kommen wir jetzt auch bei der Polymorphie nicht drumherum. Polymorphie bezeichnet in C++ quasi den Zugriff ja, über Pointer oder über Referenzen auf die Basis-Klasse. Das impliziert in der Regel auch, dass wir dynamische Allokationen von Objekten ja, das bedeutet, dass die Basis-Klasse nicht den gesamten Speicher eines Objektes besitzt, sondern dass eben die Kind-Klassen auch Speicher besitzen und verwalten können. Der genaue Typ, das hatten wir vorhin bereits gesagt, einer Variablen, die dann eben im Speicher liegt und damit eben auch die Größe des Objektes, die ist eben erst zur Laufzeit bekannt und kann es eben oft nicht zur Compile-Zeit bekannt. Und dementsprechend können die dann auch erst zur Laufzeit verwaltet und allokiert und oder freigegeben werden. Und Objekte, die allerdings auf dem Stack liegen, die auf dem Stack initialisiert werden und dort abgelegt werden, die müssen zwangsläufig zur Compile-Zeit bekannt sein, denn zur Compile-Zeit muss dann bekannt sein, wie groß der Stack sein muss und wie viel Platz vorgehalten werden muss für die Objekte, die auf dem Stack liegen. Ja, und diese Punkte hier, die haben im Prinzip eine große Konsequenz, dass nämlich polymorphische Klassen-Hierarchien, die brauchen immer so ein Ownership-Modell, so ein Memory-Ownership-Modell. Das heißt, wer kümmert sich um das Allokieren des Speichers und wer kümmert sich um das Freigeben des Speichers. Und das führt im Prinzip auch dazu, dass die Variablen, polymorphische Variablen oder Variablen von polymorphischen Typen im Prinzip meistens auf dem Heap angelegt werden. Dieses Memory-Ownership-Modell, wenn ihr mit anderen Bibliotheken arbeitet, müsst ihr euch darüber informieren, wenn ihr von den entsprechenden Klassen erbt und diese eben instanziert, was die machen. Dazu solltet ihr die Dokumentation lesen und euch eben damit befassen, wer ist für diese Memory-Ownership zuständig, wer gibt den Speicher eben wieder frei. Und das machen eben viele Bibliotheken unterschiedlich und nicht alle Bibliotheken kümmern sich auch wirklich darum, den Speicher wieder freizugeben, den sie allokieren, sondern verlassen sich darauf, dass der Nutzer das eben macht. Seit C++ gibt es da eine Lösung, die sich eben mit diesem Problem befasst und das sind die Unit-Pointer und die Shared-Pointer, die so ein bisschen die Aufgabe des Garbage-Collectors übernehmen. Dazu werden wir noch ein Video sehen. Okay, ja, Polymorphie in C++ ist natürlich auch immer mit Kosten verbunden. Polymorphie in C++ bedeutet, dass es immer so einen gewissen Performance-Overhead gibt, denn die V-Table mit den virtuellen Funktionsaufrufen, da muss eben immer reingeschaut werden, welche Methoden, welche Funktionen aufgerufen werden. Das kostet immer ein bisschen was. Virtuelle Methoden können im Allgemeinen nicht geinlined werden. Das hatten wir, ich glaube, im letzten Video, das Schlagwort inline, was das bedeutet und dass das eben den Quellcode unter Umständen schneller machen können. Objekte werden fast immer auf dem Heap allokiert. Das hatte ich bereits auf der vorgehenden Folie gesagt. Also, polymorphische Datentypen werden eben fast immer auf dem Heap allokiert, weil eben zur Compile-Zeit nicht immer bekannt ist, was für ein Datentyp es jetzt tatsächlich ist. Und dementsprechend ist auch nicht bekannt, zur Compile-Zeit, wie viel Speicher dafür auf dem Stack vorgehalten werden muss. Und durch den Pointer auf die V-Table, der eben für jede Instanz eines Objektes gespeichert werden muss, sind die Objekte eben entsprechend größer. Ja, dieser Overhead, vor allem eben auch diese Größe der Objekte und auch der Zugriff immer über die V-Table, der kann in bestimmten Fällen enorm sein. Insbesondere dann, wenn eben zahlreiche Objekte auf dem Heap allokiert werden in irgendwelchen Schleifen. Ja, dann kann das durchaus kritisch sein. Umgekehrt, wenn man das allerdings mit anderen Programmiersprachen vergleicht, also in Java ist dieser Overhead zum Beispiel immer da, weil in Java eben alle Klassen von dieser Oberklasse Objekt erben. Ja, das ist ein anderer Programmmiersprachen gang und gäbe so, dass das eben einfach existiert. In C++ muss man es nicht machen, wenn man es nicht braucht. Und dementsprechend sollte man damit umgehen auch. Also wir sollten in C++ tatsächlich Polymorphie und Vererbungen und Vererbungshierarchien tatsächlich auch nur da benutzen, wo es sinnvoll ist, wo es Sinn macht, tatsächlich solche polymorphen Strukturen und Spezialisierungen zu implementieren. Ansonsten sollte man unter Umständen darauf verzichten und es eben nicht nur machen, weil es das gibt.